Hallo Leute, hier ist der Volker Schäffler, ich muss ein bisschen lauter reden, wir haben hier Hintergrundmusik, aber es schadet ja nichts. So, ich will nochmal zu euch sprechen, es geht um eine Kreditierung, ein Kredit. So, ich kann einen Kredit bekommen, ohne Sicherheit, ich bin 77 Jahre alt, und ich bekomme einen Kredit, ohne Sicherheit. Die einzige Sicherheit, die ich geben muss, wenn das Geld ausgezahlt wird, muss ich der Bank zwei Monatsraten als Sicherheit überladen. Bei 20.000 Euro sind das 540 Euro, und zwei Raten zahlen, also 1.100 und noch was Euro muss ich zahlen, und dann kommt der Kredit. Drei Jahre Laufzeit, 3% Zins. So, aber ihr müsst ein Projekt haben. Wer das machen will, schreibt mich an, ich helfe euch, ich habe Projekte, und zwar die ganz neuen, aktuellen Projekte von mir, die kann ich auch weitergeben, an euch übertragen. Es ist so, wir haben Hochsommer, wenn man Autos in der Sonne parkt, ein paar Stunden, ein bisschen Schwimmbad oder sonst irgendwo unterwegs, zum Auto zurückkommt, in einem Supermarkt, und dann ist das Auto innen drin, hoch und da ist 80, 90 Grad. Wir haben jetzt die Lösung geschaffen, es gibt Klimaanlagen, mobile, fürs Auto, die kann man dort reinstellen, aber wir haben eine besondere Lösung, und zwar verbinden wir diese Klimaanlage mit einem anderen System, und zwar mit einem System, das Strom erzeugt. Und zwar, das Wasserstoffsystem, das Strom erzeugt, dieses Wasserstoffsystem kommt in den Kofferraum, es ist so groß wie eine Schuhschachtel, und das Klimagerät kommt natürlich ins Innere beim Auto, vorne zwischen den Vordersitzen, und beide werden nun miteinander verbunden, durch Kabel und Schlauch. Das kann man dann auseinander drehen, und es wieder als mobile System aus dem Auto rausnehmen, und die Klimaanlage rausnehmen, aber das Wasserstoffsystem kann in den Kofferraum bleiben. Um dieses System zu machen, habe ich einen Kredit verantragt, bin ich auch gekommen, und ich muss auch diese Kosten bezahlen, 1100 Notarvertrag ist geschwiegen, wer mit mir zusammen das System machen will, kann sich bei mir melden, wir machen was dann gemeinsam, es werden Großprojekte werden, weltweit, wir werden Tausende dieser Systeme verkaufen, und die Systeme sind auch fertig, man muss sie nicht brauchen. Es gibt einzelne Systeme, die fertig sind, die kauft man an, die sind TÜV geprüft, haben Zulassung, sind sicher, und das Wasserstoffsystem ist ein fertiges System, was wir machen, wir verbinden nur beiden Systemen. Das ist hochspannend. So Leute, schreibt mich ein, wir können das in Kooperation zusammen machen, der Kredit ist bewilligt, es muss nur noch die Kaution gezahlt werden, an die Bank, nicht an mich, sondern an die Bank. Und wenn ihr ein eigenes System machen wollt, könnt ihr mich anschreiben, ich habe für euch Systeme, die könnt ihr dort anbieten, fertige Systeme, könnt ihr anbieten, um die zu finanzieren, dann habt ihr ein fertiges System. Und darauf gibt es dann Geld. 20.000 Euro ist gutes Geld, aber da kann man schön arbeiten. Und 500 Euro pro Monatsgrad ist auch nicht zu viel, das kann man auch gewählten. Schäffler-Volbert-Wettbe, bitte mich anschreiben. Und ich gebe euch genaue Informationen und sage euch, wie wir das gemeinsam organisieren können oder wie ihr das mit meiner Hilfe organisieren könnt. Ich hoffe, ich habe das so zuständig wiedergebracht. Amen. Alles Gute. Schäffler-Volbert-Wettbe. Ciao.